Alma HD Hey Leute hier ist Altemar zurück mit The Autoworld so wir machen es auf dem Weg zu Hope es wird spannend Es wird spannnend Ich muss mal ein ganzes Zeug mal verschrotten Against all odds human beings takes flight Ok so was our wir das jetzt machen blablabla. So. Schockkanone Ultra. Nein, ist weg. Die experimentellen Dinge habe ich auch noch gar nicht benutzt, ne? Tüfteln. Bin ich jetzt pleite? Ich bin pleite. So, ich habe total den Draht zu den Leuten verloren. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Groundbreaker, Hope, da ist es doch. Die Hope. Die Groundbreaker war auch mal so ein Schiff. Also, wir werden die ganzen Leute... Jawohl, was passiert, wenn ich mit der Hope springe? Geil, da ist es. Ja, cool. Ja, die Leute, ich meine, wir werden wir auflösen. Vielleicht können wir die einfach direkt auftauen, ohne dahin zu fliegen. Ich weiß es nicht. Ich helfe jetzt Phineas Wells. Ich meine, die sind ja schon mal mit dem Kolonieschiff gekommen, ja? Ich meine, die haben ja gesehen, was die gemacht haben. Jetzt tauchen wir neue auf. Das sind wieder superintelligente. Die machen wahrscheinlich wieder das Gleiche, aber wir werden sehen. Da sind wir wieder. Wo wir begonnen haben. Nur nicht mehr in Hyostase. Ach, guck mal, ist schon verbunden. Warum er das jetzt war. Status. Energiewartung, Kürung, Status. Es sind Schatzberichte über folgende. Energie, Status. Ausstehende Auftragskurzschluss, Makrowelle. Nachdem irgendein Depp ein Kabel auf Gabel im Teller gelassen hat. Anwesenheitskontrolle für Abflug. Captain Hunt. Ne, ne, fortsetzen. Manueller Eintrag. Was ist die schon hier? Ach, tatsächlich. Der hat aber gut geschrien hier. Also der Slow-Mo. Oh, ich weiß auch nicht. Restricted Access. Blödsinn. Hallo. Oh, süße kleine Roboter. Sollt ihr Freunde? Hallo. Oh, schade. Bestimmt irgendwo ein Terminal. Bochen. Oh, schade. Oh, schade. Au, au, au! Nee, doch nicht. Das ist gut. Ja, so viel dazu. Das sind die Konstanzkapseln. 9999. 9999. Ganz viel Story in Terminals. Ich glaube Schock ist bei denen super hilfreich. Schade, ich hätte lieber so einen gehabt. Nein, Sam, du bist auch super. Keine Sorge. Okay. Die Roboter gehören doch zu Dingensbumens. Riech verwirrt. Ah, es kommt nicht. Okay, versuchen wir es mal kurz. Nichts. Ups. Alles okay? Okay. Da geht's nicht durch. Muss man nun die Kommunikation benutzen? Hm. Ha! Oh! 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 Nichts! Schade. Oh! Oh! Mega Spratze! Oh, wie süß! Oh! Ja, Spratze. Tollwütig, na gut. Ähm, haben wir irgendwas mit Ding-Issperiments? Geht doch. Ach du Scheiße, was denn da passiert? Dass erst die gleiche Bauweise ist, ne? Ich war übermütig. Übermütig mal. Ja, Hope. Mit hohen Inspirationswerten schaltest du Spezialgerriffe deiner Begleiter frei. Auf ein neues Männer. Frauen, bereit machen. Aber wohl, was bist du eigentlich, Sam? Ich bin. Du hast es, Captain. Schlüssel... Oh, ich bin nicht erschrocken, es tut mir leid. Wir haben alle diese Schlüsselkarten. Das sieht genau aus wie auf einem Todesstern. Oder fast. Ich wusste, es waren Freunde, aber das ist wunderschön. Wie in einem anderen Universum, wo wir alle sterben. Ich bin bereit, mit der Haupt zu springen. Springen. Ich übernehme den Sprung selbst. Warum? Wissenschaft 75. Siehst du? Ich wusste, ich brauche irgendwas. Oh, hätte ich das gewusst. Siehst du? Siehst du? In 70 Jahren? Siehst du? Das ist das mein Kapitän, ja. Aber das ist eine grossende Verwendung des Skip Drive. Die Zero Point Drives Corp. und ich werden nicht beantwortet für irgendwelche damage incurreden während des Transportes. Und das wird das extreme damage. Ja. Ich bin sicher, das. Man, Wissenschaft 75, siehst du? Egal, es ist soweit. Nur Computer können das so gut machen. Los geht's. Bingo! Kein Problem. Kinderspiel. Jetzt bitte nicht auseinanderbrechen. Puh. Oh, gut. Wir sind noch immer wieder. Und haben erfolgreich in Terra 2's Orbit. Ich habe so viel gepostet wie Ginius Welles. Aber er hat nicht geantwortet. Vielleicht sollte man ihn aufhören. Okay. Oh, oh. Ich fühle mich, ich habe mich in der Mitte. Lass uns das nicht wieder tun. Ich werde das wieder tun. Cool, cool. So, ich fühle mich schon, was jetzt passiert. Na? Ja. Nach vorne ist bei Ginius. Das ist eine Ginius. Ich werde das nicht aus. Ich bin besser drauf auf. Ich werde das nicht weg. Ich werde das nicht weg. Ich werde das nicht weg. Ich hatte das nicht weg. Aber ich habe das nicht weg. Was werde das nicht weg. Das war's für heute. Ich habe den Dr. Welles bekommen. Der Bord ist hier! Sie haben mich irgendwie gefunden! Sie müssen meine Tür öffnen! Ich kann sie nicht stoppen, und es ist nicht genug Zeit, um alles zu erklären. Aber es ist etwas sehr wichtig, Sie müssen sich daran erinnern! Der Bord, all ihre Lackys, sie sind ein paar Schwierigkeiten! Sie scheiße Pigs! Ich werde dich alle mit mir mitnehmen! Das gut gehütete Geheimnis sind Schweine! Okay, dann los! Dann gehen wir ihn mal töten! Oder ihn retten, oder was auch immer! Übergang zu Hope? Ne, halt, warte! Nicht, dass sie jetzt wieder auf die Hope gehen! Jetzt kommen wir nach Phineas' Top-Secret-Orbital-Lab. Da ist sie! Negotiate with the Spratz for territory, install, encrypting... Was?! Phineas, äh, verhandelt mit den Spratzen, damit sie in ihren Territorien bleiben, weil die das schön verseuchten! Oh shit! Schweine! Nein! Das wollte ich jetzt gar nicht, gar nicht drücken! Und wenn die Defensive logistische Offizielle Arrestquittierung, äh, laut offiziellen Arrestprodukten, gemäß der Defensive gelöstlichen Offizierungsdokumenten, muss das an dieser Stelle festgehaltene Video, um zu angenehmen Zeitpunkt zum Datum und Formular von dem angekerten Gerät zu erscheinen, bestätigen den Tatkorrekte und den Namen zu vorgegangenen Verbrechen verhaftet! Bitte beachten Sie das Exemplar! Diese Quittung ist, dass sie erhalten wird! Hacken! Ah! Hehehe! Wenn du den Bildschirm siehst, so werde ich, Pineas, der fünfte Burenser, auf eine gewisse Weise entführt, die Hochschulstand nicht durch das perfide und ängstliche Regime von Holishorn in die Gefängnungsfestung Tartarus eingesperrt. Sollte ich noch lange vorhin hingerichtet werden, hoffe ich, dass die Person, die dieses Tömmel verwendet, einen Weg findet, meine Arbeit abzuschließen oder mich zu retten. Bevorzug des Letzteres. Dieser Bildschirm stellt einen letzten Willen des Testament dar. Ich vertraue meinem Leichnam und meiner Besitztümer, dem eisigen Tiefen des Äthers, wenn du es bist, dann findest du hier den Unfallpaket unter dem versteckten Panel. Du könntest das Panel über dem Tunnel einsperren. Den Inhalt solltest du sofort holen. Panel öffnen. Da war es für Pavarti. Persönliche Dateien. Pineas wäre jetzt privat. Achso. Privat. Ähm. Das alles? Tartarus Navigation? Achso. Finns Wucht? Was ist das denn hier? Hallo? Wer bist du denn? Bist du mein neuer Freund? Ich denke schon. Ja, dann hätten wir jetzt mal noch Phineas. Drück zum Raumschiff. Das Objekt könnte unzurechnungsfähig sein. Erinnerung. Achso. Ich? Dein Raumschiff ist auf jeden Fall noch hier. Da 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 da. So. Ein Erinnerung an alle crew-Member. Sie sind jetzt der Captain. Es wird erhört. Wir werden bald auf unseren maximale Sicherheit. Prisotplanet. Ich glaube die Crew möchte mit dir sprechen. Um, wie du Menschen sagen, einige Beine. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Diese Bordgoonen haben Mr. Finneas und sie haben ihn zu Tartarus geschossen. Wie werden wir ihn rausbekommen? Ich habe noch nie gehört, Doc Wells. Wir sind nicht Freunde oder Crew. Aber er ist noch einer von uns. Er ist der Grund, dass der Boss auf und zu gehen. Wir können nicht einfach ihn um ihn zu sterben, in Tartarus. Um den Wissenschaftler zu entfernen, muss man den Labyrinth infiltraten. Aber dieser Ausstellung ist wahrscheinlich ziemlich gefährlich, Kapitän. Ich bin progabend, um dich zu warnen, wenn du in der Beobachtung vorst, um riesig zu bewegen. Gehreben in Tartarus wird nicht einfach sein. Gehen in ist die einfachste Sache. Es ist wieder zu gehen, das der Problem. Fass mich, ich weiß. Let's just do es! Kick down some doors, grab Doc Wells, und cut a path out! Wir brauchen keine Planung. Wir haben Schäuze! Scheiße, was vorbereiten. Wir brechen auf. Gehen die alle mit rein? Wir sind Crew. Wir sind wirklich Crew. Das bedeutet, dass wir uns einen anderen Backen bekommen haben, richtig? Was? Ich habe nie gedacht, dass ich in eine Präsenz verbreiten würde. Es scheint, dass deine Tendenz zu rischischen Behaviour auf mich rüberkommt, Kapitän. Kommand, nicht erkannt. Ich warte auf deinen Kommand, Kapitän. Können wir sprechen? Sam, warum nicht? Komm, zieh deinen Mondhelm wieder an, genau. Die Batterienlevels sind voll verabschiedet. Ach, das wird schon was. Egal. Ich habe ein bisschen den Draht zu denen verloren. Ich bin da ein bisschen am Hetzen. Habt ihr vielleicht schon öfter gemerkt. Ich würde das gerne nochmal durchspielen. Ein kompletter deutscher Synchro noch. Ich habe irgendwie einfach nicht den Draht zu den Leuten gefunden. Ich weiß auch nicht. Tartarus, da ist das. Genau. Bestimmt jetzt ein Point of No Return. Ich bin froh, dass wir nach dem Labyrinth gekommen sind. Bitte beinwärtig, dass die Verbreitung für die Verbreitung ist eine Verbreitung. Bitte beinwärtig, dass elektrische Wärme auf der Tartarus... Oh, sprechen Sie von der Dävel. Kapitän, ich bekomme eine Transmission von der Präsenz-Dockung-Autorität jetzt. Beinwärtig, unverwärter Flugzeug. Das ist eine Maximum Security Installation. Deine Präsenz hier ist eine explizite Verbreitung der UDL-Korporat-Policy. Du bist hierbei auf die Dockingplattform geflogen, bis ein Ticket, die die deine Verbreitung hat, hat gefeiert und notarisiert. Auf welchem Punkt? Dein Vessel wird gefeiert und du wird exekutiert. Äh, wie lange wird das dauern? Ich wäge, es wird ein bisschen länger dauern, als es dauert, um deine Patience zu verlieren und aus deinem Schiff zu schrauben, um zu schrauben. Ich bin ehrlich gesagt, das macht mein Job viel einfacher. Du kommst raus, wir schießen dich voll von Hohlen und dann geht jeder über ihren Tag beruflich. Except für dich. Hey, wo soll ich wissen, dass unter dem Himmel ein echter Beamter steckt? Okay, ich fühle mich generös. Ich transmitte die Idee eines produktiven, arbeitenden Employees, damit du siehst, was man sieht, bevor du sterben kannst. Anyway, Tartars-Docker-Autorität ist aufgerufen. Hör auf. Ein anderes Schiff hat einfach in deinen Dock. Warte, ist das von der Grundbrecher? Was denn? Begebe mir nicht an das, einfach einen schönen Tag. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Mhm. Geil! Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus. See you soon, Captain. Wir haben den biometrischen Dingensmoments bekommen. Das ist geil. Angriff! Ja, ja. Tartarus. Na gut, Leute. Das machen wir nächste Folge. Und bis dann wie immer. Haut rein. Oh, ja, das ist responsabilität. Ich bin ja.